Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir auf meinem Kanal. Ja Leute, ein weiterer Real Talk von mir hier in meinem neuen Format. Heute möchte ich mal mit euch über die Thematik, die auch Mosen schon mal in seinem Video angesprochen hat, sprechen. Und zwar über die Tryhard-Matic. Ja, die Tryhards, die Leute, die wirklich richtig fett Gas geben werden in Vanilla, die überall die Businesslisten abfarmen werden, die maximale Konsummobils in jedem Raid alle World-Bass sich holen werden und so weiter. Und versus die Leute, die sagen, ey, chill doch einfach mal. Wir reden hier von WoW Classic, hier wird gechillt, hier wird einfach das gespielt verspielen wollen. Wir werden auch mit Eulen in den Raid gehen. Wir werden auch mit einem Shadow Priester in den Raid reingehen und so weiter. Und wir wollen hier diese Tryhard-Kacke, die wollen wir nicht. Ja, da möchte ich mit euch heute mal drüber reden. Ja, ich denke, man kann von vorne weg einfach sagen, wir haben es hier einfach mit zwei verschiedenen Arten von Spielern zu tun. Ja, die einen haben eben Bock drauf, wirklich WoW Classic ein bisschen, ich sag mal so, professioneller, mathematischer anzugehen. Ja, und die anderen wollen es einfach eher so ein bisschen chilliger und einfach, ja, so Just-for-Fun-mäßig angehen. Ja, und diese Differenzierung und auch diese, ja, diese Knackpunkte, wo sich beide immer so ein bisschen beißen gegenseitig, finde ich, sind aber irgendwie auch die Punkte, die WoW so interessant machen für mich. Ja, oder auch wahrscheinlich für euch auch, aber viele sind sich vielleicht auch darüber gar nicht so wirklich im Klaren. Denn ich finde gerade so diese Vermischung von verschiedenen Spielertypen gerade das Interessante in WoW eigentlich. Ja, dass wir quasi einfach Leute haben, die Rang 14 machen, ja, dass wir Leute haben, die, ähm, nach einer Woche oder nach zwei Wochen jetzt auf den Classic-Servern Ragnaros killen werden, ja, solche Leute wird es geben. Dass wir aber eben auch Leute haben, die drei Monate hochleveln, ja, die sich jede Quest durchlesen werden und chillen werden und die Atmosphäre genießen werden in Ashenrail, die sich einfach nur die Musik anhören wollen, ja, die einfach eine gute Zeit in WoW haben wollen, die jeden Low-Level-Dungeon mitnehmen werden, ähm, die vielleicht irgendwie so das D4-Set farmen werden in den Todesminen, einfach nur, weil sie es schön finden und, äh, ich finde es einfach cool, dass wir alle diese Charaktere in WoW drin haben, weil ich glaube einfach, das war irgendwie auch, äh, so dieses Geheimrezept von WoW, was auch im Laufe der Jahre in der Retail-WoW-Entwicklung verloren gegangen ist einfach, ja. Dass wir eben, äh, sehr, sehr viele verschiedene Spielerarten auf einem Server hatten, ja, und Blizzard hat irgendwie im Laufe der Zeit versucht, WoW immer mehr für eine bestimmte Spielergruppe interessant zu machen und hat diese Variabilität, ja, weiß nicht, ob das Wort überhaupt gibt, äh, irgendwie dadurch rausgenommen und hat dadurch immer mehr, äh, irgendwie, äh, so diese, diese, ähm, Dynamiken in der Community irgendwie komplett, äh, zerstört, finde ich, ja, und das ist eigentlich ein mega cooles Thema und eigentlich einer der Dinge, die mega interessant sind in WoW, ja, äh, denn die Try-Hard-Spieler können auch Leute sein, die man nicht immer beneiden muss, man kann auch zu ihnen aufblicken, man kann ihnen das auch gönnen, ja, äh, damit hängt, glaube ich, auch viel zusammen zum Beispiel, ja, Ja, wenn ich jetzt jemanden sehe, der einen Rang-14, äh, Char hat irgendwie, ja, da mit dem Rang-14-Gerung rennt, dann freue ich mich für den Typen, ja, Äh, und viele denken vielleicht, äh, das kann ich ja nicht erreichen, ich muss ja noch arbeiten und ich kann ja nur drei Stunden am Tag spielen und es ist ja dumm, wenn dann jemand Rang-14 machen kann, ja, warum kann man sich nicht für denjenigen freuen, ja, Man freut sich doch auch im echten Leben für jemanden, der einen Porsche fährt, also ich mache das zumindest, ja, würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, ja, freut euch darüber einfach, ja, dass jemand das erreicht hat in seinem Leben und gönnt den Leuten das, ja, weil wenn ihr einen Porsche haben wollt, dann holt ihn euch halt, ja, dann arbeitet dafür, ne, Genauso ist es eigentlich in WoW auch, WoW hat eigentlich nur eine Leistungsgesellschaft widergespiegelt. Die Leute, die viel leisten in WoW, die bekommen auch viel, ja, und die, die eben nicht viel leisten wollen oder können, die bekommen eben auch weniger. Und, ähm, das finde ich eigentlich mega interessant, weil es halt eigentlich dadurch auch viel authentischer wird, weil es ja auch total unlogisch, dass in einer World of Warcraft quasi nur, äh, äh, quasi, ja, Menschen, Orks und weiter rumrennen, die alle gleich stark sind. Das ist ja völliger Schwachsinn eigentlich. Ist ja eigentlich logisch, dass da auch theoretisch zu sehen, wenn es die WoW wirklich geben würde, äh, ne, auch Leute, äh, quasi dann Orks geben würde, die halt mächtiger wären, weil sie halt einfach den ganzen Tag BG grinden würden, ja, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, ihr wisst, was ich meine. Ist einfach authentischer und die Welt wird realistischer widergespiegelt, wenn im Spiel die Leute verschiedene Niveaus einfach haben. Vom Gear, von der Spielzeit, von dem, was sie machen, PvE, PvP, ja. Und wenn man sich diese Grundelemente von WoW einfach mal verinnerlicht und versteht, okay, das ist eigentlich diese, diese Heterogenität der Community, ähm, gut ist für das Spiel, ja. Dann ist diese ganze Debatte um Tryhard oder Casual oder bla oder blub eigentlich infällig, ja. Weil ihr könnt euch ja entscheiden, wollt ihr Tryhard gehen, dann geht in eine Hardcore-Gilde, ja, habt ihr euren Spaß. Oder ihr geht eben Casual und geht in eine Casual-Gilde und habt da euren Spaß, ja. Ihr könnt ja eh machen, was ihr wollt. Und, wisst ihr, wie ich meine, von daher, ähm, würde ich mich da gar nicht so drauf beschränken und das irgendwie als Problem betrachten, sondern einfach anerkennen, manche Leute sind Full-Time-Streamer zum Beispiel, ja, die wollen Rang 14 machen. Ja, die machen damit ihr Geld. Die unterhalten die Leute, ja. Manche Leute sind vielleicht gerade arbeitslos oder denen geht es vielleicht gerade schlecht oder die, die sind reich, ja, und können deswegen den ganzen Tag spielen. Ähm, gönnt ihnen das doch auch, ja. Ja, also gönnt nicht den Arbeitslosen, dass sie arbeitslos sind, aber ihr wisst, was ich meine, ne. Gönnt ihnen, dass sie sich vielleicht mal eine Auszeit nehmen wollen, sich mal erholen wollen, keine Ahnung. Also, WoW ist auch einfach eine Art Escape-Mechanismus, ja. Einfach ein Ort, wo man vielleicht auch mal dem Real Life entfliehen kann, ein Stück weit, ja. Und, ähm, ja, dann machen die halt Rang 14. Ist doch deren Ding. Ist ja nicht euer Bier, ja. Macht einfach das in WoW, was ihr machen wollt, was ihr machen könnt, was ihr mit eurem Real Life verbinden könnt, also in Einklang bringen könnt. Dann werdet ihr auch Spaß an dem Spiel haben, ja. Ich werde mich auch darauf einstellen, dass ich nicht, äh, Rang 14 machen kann, ja. Ist einfach nicht drin bei mir. Dass ich nicht, dass ich manche Dinge nicht erreichen werde, die andere im Spiel erreichen, ja. Und deswegen finde ich die ganze Problematik eigentlich, äh, gar nicht so problematisch, ja. Ähm, die Leute, die Tryhard gehen, oder was heißt Tryhard, die einfach mega viel Zeit in ihren Chart investieren wollen, die jedes, die jeden einzelnen Agi-Wert auf einem Item vergleichen mit dem anderen und so weiter, die irgendwelche Listen abfarmen werden, mh, finde ich cool, ganz ehrlich. Gönne ich den Leuten, ähm, sollen sie machen. Ich werde es auch ein Stück weit in manchen Bereichen machen, in manchen Bereichen nicht, ja. Äh, genauso freue ich mich für die Leute, die eben ab und zu mal einloggen wollen, auf dem Spand hochleveln wollen, sich Zeit lassen wollen, einfach vielleicht mal mal einen Chor reinschauen wollen, aber vielleicht auch gar nicht raiden werden, ja. Äh, ich freue mich einfach für jeden in WoW, der in irgendeiner Art und Weise dieses Spiel, äh, bevölkern wird, ja. Und das ist eben auch das, was WoW eigentlich ausgemacht hat. Dieser, äh, komplett, ähm, ja, diese komplette, äh, komplett verschiedene Community, ja, in vielen, vielen Aspekten. Und, äh, das wollte ich eigentlich in dem heutigen Video mal ein bisschen aufgreifen, ja. Also, ähm, akzeptiert einfach, dass einige Leute das Spiel so spielen werden, andere werden so spielen und fertig, ja. Und, äh, deswegen, es wird Gilden geben, da wird man mit einer Eule oder einem Retrie oder einem Thurdy nicht in den Raid reinkommen, ja. Und es wird Gilden geben, da wird man eine Eule mit dürfen, da wird man ein Retrie mit dürfen, wie auch immer, ja. Also, jeder hat in WoW eigentlich seinen Platz, finde ich. Das ist eben auch das Schöne an dem Game. Und, ähm, genau, das war eigentlich auch so meine Meinung zum Thema. Ähm, dann muss man sich eigentlich auch gar nicht so mega fett Gedanken machen, denn jeder kann sich entscheiden, was er machen möchte, ja. Genau, und es wäre kein Defiler Real Talk, wenn wir nicht in den Kommentaren weiter debattieren würden. Von daher, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu dem Thema, ja. Ja, findet ihr es grundsätzlich problematisch, dass es immer Leute geben wird, die quasi immer All-In gehen und immer alles geben, immer alles pushen? Oder seht ihr es eher wie ich, was ihr es diesen Leuten gönnt und eben anerkennt, okay, die möchten einfach mehr Zeit in das Spiel investieren? Ja, genauso wie gesagt, im Real Life gibt es eben auch Leute, die sehr viel arbeiten und dann halt auch einfach sehr viel erreichen, ja. Äh, wie gesagt, schreibt mir gerne mal eure Meinung, ja. Und schreibt mir auch mal, wie ihr WoW spielen werdet. Werdet ihr eher Hardcore gehen oder werdet ihr eher Casual gehen, ja. Ja, ich meine, das kann sich ja auch im Laufe des Lebens ändern, ja. Viele haben zum Beispiel mir auch schon geschrieben, dass sie 2005 in der Hardcore-Gilde drin waren und jetzt diesmal ein bisschen chilliger machen wollen, ja. Andere wiederum waren in 2005 irgendwie noch gefühlt 14 und waren irgendwie nur am Rum-Nuben, ja. Und wollen jetzt mal richtig Hardcore machen, ja. Es kommt auch auf die Lebensphasen drauf an. Ist man verheiratet oder nicht, ist man Single oder nicht, wo lebt man und so weiter und so fort, Leute, ja. Erkennt einfach an, äh, es gibt viele, viele verschiedene Menschen auf der Welt und dementsprechend gibt's auch viele, viele verschiedene, ähm, ja, spielerische Ausprägungen in der World of Warcraft, Leute. Ich freu mich auf eure Kommentare und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.